Salamu alaikum Leute, was geht? Neues Video bei Maretto.de, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall Leute, heute Bayern gegen Arsenal Vlog. Yes Alter, Champions League Vlog. Ich bin so geil, Leute. Das ist das wichtigste Spiel der Saison. Und ich sag's euch Leute, heute geht's um alles oder nichts. Wir müssen heute gewinnen, wir müssen heute liefern. Wenn wir heute nicht liefern, Leute, Feierabend, Feierabend. Nicht wundern, Leute, ich bin jetzt hier komplett durch, weil wir haben's jetzt gerade, wo ich das aufnehme. 2 Uhr nachts und ich kann einfach nicht schlafen. Vor allem nachdem die Spiele, die ich gestern gesehen hab, Paris gegen Barca, so ausgegangen sind, bin ich so gehypt auf Bayern Asel, ihr glaubt's nicht, wegen der Stimmung und so. Ich kann einfach nicht schlafen, Mann. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich bin wie aufgedreht und mein Herz, das ist gefühlt auf 200 am Pumpen. Durchgehend, wirklich. Also, ey, und ihr, und, ey, Leute sagen, Fußball ist nicht alles, Alter. Wahnsinn. Ey, heute, heute, wir müssen es packen ins Halbfinale. Wir müssen es, Leute. Leider fehlt Serge Gnabry und Kingsley, Coman, Abbasane und Neuer sind am Start. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir es packen. Bin ich sehr guter Dinge. Und, ey, heute, die Arena wird so brennen, Alter, Leute. 60.000, 70.000, Leute, die alle ausrasten werden. Die 5.000, die von Arsenal da sind, ja, die müssen wir auch beachten, natürlich. Aber, Leute, ey, die Arena wird heute brennen. Und mein Tipp ist... 1-0-Sieg. 1-0-Sieg für uns. Ganz, ganz eklig, aber ganz, ganz knapp. Und wir ziehen ins Halbfinale ein gegen Real. Ey, wir machen das, Leute. Vamos. Ich hoffe mal, ich bereue nicht meine Worte, die ich gerade gesagt habe. Und nach dem Vlog stehe ich dann blöd da. Also, deswegen, Bayern gibt Gas. Wir machen es. Wir machen es. Ich bin guter Dinge. Leute, jetzt geht es ab zum Stadion. Es ist soweit. Es ist angerichtet. Ich hoffe, wir gewinnen, Leute. Ihr wisst nicht, wie nervös ich bin. Ich konnte seit gestern nicht schlafen. Und mein Puls geht immer weiter hoch, Leute. Ihr glaubt es nicht. Wir können nach vier Jahren wieder ins Champions League Halbfinale einziehen. Gegen Real Madrid. Stellt euch das mal vor. Möglicherweise. Vielleicht auch gegen City. Ich bete zu allem, was geht, dass wir es heute schaffen. Das ist das wichtigste Spiel seit Jahren, sage ich euch. Seit Jahren. Ich hoffe, wir packen es heute. Wir müssen es, Leute. Wir müssen es. Es gibt keine andere Wahl. Wir müssen es packen, Alter. Auf jeden Fall, Leute. Der Schal ist auch mit dabei. Und ja. Auf jeden Fall, mein Tipp 1-0 steht immer noch. Und jetzt geht es ab zum Stadion. Wie gesagt, es regnet wie Sau, Alter. Noch gar nicht. Aber egal. Heute zählt nur Bayern. Und alles andere ist egal. Von mir aus, wenn es hagelt, ist mir egal. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel. Auf geht es. Ich fände so meine Stimme aus. Heute muss jeder alles geben im Stadion, Leute. Heute wird die Arena brennen. So, Leute. Wir sind im Stadion. Auf jeden Fall noch eine Stunde vor Anpfiff. Bleibt gespannt. Ich bin auch übel Skype, Leute. Die Jungs, komm raus, Leute. Manuel Neuer auch am Start. Bayern. Bayern. Heute Manuer wie die Null, Alter. Heute Neuer wie Null. Ich sag's euch. Kein Tor, null Tore. Jetzt kommt die Mannschaft raus, Leute. Kimmich. Die anderen Jungs auch aufschauen. Matis. Sané. Kimmich hier wieder am Faxenmann. Hier, Goretzka. Laima. Heute müssen es die Jungs richten. Hoffentlich nach 90 Minuten. So, Leute. Arsenal-Block ist noch nicht so gefüllt, wie es sein sollte. Aber in England ist es immer so, Leute. Die kommen erst kurz vor Spiel rein. Deswegen, die chillen noch alle draußen. Dagegen, Leute. Die Südkurve prall gefüllt, wie man es kennt. 30 Minuten vor Anpfiff. Wahnsinn. Die haben richtig Bock. Heute, heute, Jungs. Liegt's an euch. Regelt's. Boah, was ne Bombe von daher, Leute. Ich würde mal sagen, die Schüsse sitzen. Jetzt nur noch im Spiel müssen die Schüsse sitzen. Dann steht uns nichts im Weg zum Weitergucken. Hier geht's richtig ab, Leute. Hier geht's mit der Nummer 1. Und der Körnetein, Manuel. Neuer. Südkurve Nummer 4. Mathe. Kölnüch! 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 Gorenzka! Kölnüch! Kölnüch! Alles geben, Köln! Heute drei Tore! Jogi, was geht da ab? Südkoma am Eskalieren! Jogi, was geht da ab? Endlevel! Mehr geht nicht! FC Bayern! Ole! Ole! FC Bayern! Ole! Ole! Jogi, was geht da ab? Was geht da ab, Leute? Komplette Eskalation hier! Komplette Eskalation! So, Spiel geht los, Leute! Alles oder nichts! Bayern! 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 Komm, Leroy! 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 Bruder! Bayern! Komm, jetzt schick ihn rein! Schick ihn rein! Ja! Ja! Nein! Nein! Start! Er ist die gute Chance für Bayern! Bayern! Wichtig! Bayern! 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 Ey, Leute! 10 vor 10 Stimmung, Leute! Mehr geht nicht! Mehr geht nicht! Koratka! Nein, 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 nein! Kein guter Abschluss von Kane, aber wir sind da! Wir sind da! Die Freunden sind da! Alle sind da! Arsenal kommt gefährlich, Leute! Erste gefährliche Chance! Aber nicht zu gefährlich! Oh nein! Saka geht vorbei! Saka! Glück gehabt! Ey, wir müssen so aufpassen auf Saka, Alter! Wenn der einmal vorbei kommt wird es brandgefährlich! Ey! Ja! 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 Nein! Nein! Gut gemacht! Gut gemacht! Ey! So gut gemacht von Sané! Was ein Pass von Musial, Alter! Was ein Pass! Ey! Ey, jetzt wird es gefährlich, Leute! Flanke kommt rein! Boah! Jetzt hier Martin Melli eins gegen eins! Jetzt ist es richtig gefährlich! Nein! Jawoll! Boah! Ey, Leute! Man darf die nicht schießen lassen! Ey! Das ist richtig brandgefährlich, sobald die vor das Tor kommt! Nein, nein, nein! Aufpassen! 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 Oh nein! Nein! Das ist gefährlich! Bitte nicht! Nein! Jawoll! Ja! Ja! Oh mein Gott! Martin Melli fasst es vor dem Tor! Herzinfarkt, Leute! Herzinfarkt! Viel Glück! Viel Glück hatten wir jetzt! 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 Ja! 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 Nein! 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 Oh mein Gott! Ey, wie gut war das rausgespielt, Mann! Ich dachte, es schlägt jetzt 1-0! Wie gut war das rausgespielt! Er geht! Abschuss! Oh! Oh! Jetzt! Jetzt! Nein! Nächste gute Chance! Wir sind dran! Wir sind kurz vor 1-0! Wir sind da Leute! Wir sind da Leute! Wir sind da Leute! Oh! 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 Gut geklärt! Hey! Ich kriege meinen Herzinfarkt sobald ich in den Schrafraum komme! Ich sag's euch! Hier geht die Pfeife! Oh! Jetzt wird's gefährlich! Jetzt wird's gefährlich! Ich! Ich! Jawoll! Oh! Ja! Manu! Oh! Was hat Neuer bitte gehalten? Was war das? Abgefälschter Schuss! Richtig ab! Richtig gehalten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komplett frei! An dem Martinelli macht! Platziert in die Ecke macht! Dann steht's 1-0! Riesenglück gehabt! Riesenglück! Ja! 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 Musi treibt die Fans an! Wichtig! So! Jetzt bring ihn rein! Jetzt bring ihn rein! Nein! Schlechte Flanke! Scheiße! Ballverlust! Boah! Wieder so! Leute, wir haben zu oft Ballverluste, Mann! Zu viele Ballverluste, ey! Wir haben hier noch mal wieder! Nein! Maru! Jawoll! Oh mein Gott! Neuer ist da! Nein! Nein! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Schaut euch das an! Zweimal Pfosten hier! Ey, was für ein Pech aber wieder auch! Nein! Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nein! Ja, nein, nein, nein! Na ja, nein, nein, nein! Oh mein Gott! Jaaaay! Wahnsinn! Nicht ausdrücken lassen! Nein! Nein! Pfui! Hey! Schon wieder was ein 5-Konzert mit der Arsenal vor Ding kommt! Heftig! Nein! Nicht lang lassen! Weg! Raus da! Oh mein Gott! Pfui! Nein! Stark! Stark, Leon! Stark, Goretzka! Nein! Nein! Fuck, Alter! Fuck immer die letzten Meter! Musiala! Nein! Nein! Oh! Oh! Junge Musiala! Wasser im Mund von ihm! Oh! Jan München! Ja! Nein! Ja, er bringt ihn, er bringt ihn! Wohin? Schlechte Ecke, Leute! Ich geh mal weg! Ah! Ecke! Nächste Ecke! Jetzt muss sie mal kommen, Alter! Oh! Oh! Ja! 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 Ja,as Technology! Ja! Jackie, Mann, 1-0! Uuhh, Uuhhhh! Jchji... So wichtig! Doch unsere Nummer 6, Joshua! Kimmich! 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 Noch einmal ein Schleuchstamm, FC Bayern München. 1, 0, bitte! Ja! Ja! Wir singen und tanzen! Nachlegen! Fuß zum Platz! Tschüss! Ein Tor! Die Bayern, die Bayern! Ei, 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 ei! Wir singen und tanzen! Viel Fuß zum Platz! Ja! Nein! 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 Sané! Sané! Die musst du machen! Junge! Er soll ich! Er soll ich! Er soll ich! Er soll ich! Ja! Oh! 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 Goetzka! Nur ein Tor noch, Leute! Dann sind wir durch! Oh! 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 Oh mein Gott! Komm, Jungs! Komm, Jungs! Komm, Jungs! Komm! Sané! Zu gut gerade! Wir sind kurz vor dem zweiten! Und wir danken! Ah! Derell! Ekkä! 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 Muss ja alles auf und feiert heute! Freischuss für Arsenal. Raus, raus, raus! Nein! Ja! Ja! Oh mein Gott! Hey, Gott sei Dank! Fasst das Tor, zum Glück nicht. Oh nicht, das Tor treffen, Gabriel Jesus. Schön. Verteidigung ist weg. Verteidigung, Verteidigung. Ja, 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 man. So wichtig. Da war Musiala, zu spitzer Winkel. Komm, komm. Nein, 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 nein. Musiala, den musst du, den musst du, den musst du machen. Verteidigung, Verteidigung. Nicht schießen lassen. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Komm, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Mach ihn weg. Pfui. Pfui. Ja, abseits, abseits. Abseits, abseits. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist so nah dran. Ja, 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 ja. So wichtig, Mann. So wichtig. Auf geht's! Ole! 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 Elze Bayern! Ole! 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 Elze Bayern! Ole! 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 Ja! 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 Goretzka, Junge! Er sah wieder! Ole! 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 Einmal raus! Schiri, wann käufst du ab? Ich halte es nicht mehr aus! Wir sind kurz vorbei im Finale! Abpfiff! Vorbei! Abpfiff! Die Bayern! Ole! 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 Hau den Weg weg! Hau ihn um! Komm! Nein! 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 Was? Nein! Ja! 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 Goretzka ist da! Goretzka kommt mal nicht vorbei! Ja! 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 Wir stehen immer im Finale! Ja! 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 Wir stehen immer im Finale, Leute! Wir haben's geschafft! Ja! Super Bayern! Ey! Ey! Super Bayern! Super Bayern! Ey! Super Bayern! Super! Hop hop hop! Kein Sieger! Hop hop hop! Kein Sieger! Hop hop hop! Kein Sieger! Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ein Like ein Abo da! Fürs Halbfinale! Ich bin safe zum Halbfinale, Leute! Oh ja, Leute! Lasst ein Like ein Abo da! Wahnsinn! Wir stehen im Halbfinale! Meine Stimme ist weg! Aus rein! Ciao! Yo!